Hallo, in diesem Video wollen wir das Layout zum Spiel Simon erstellen. Dafür werden wir das Android Constraint Layout verwenden. Das Layout soll sowohl im Portrait- sowie im Landscape-Modus funktionieren. Im Detail werden wir uns folgende Punkte erarbeiten. Beginnen werden wir mit der Erstellung des Constraint Layouts. Dazu werden wir einerseits Guidelines nutzen, um UI-Elemente passend anzuordnen. Andererseits werden wir unterschiedliche Constraints nutzen, um die Größe bzw. die Position von UI-Elementen genauer zu bestimmen. Mit Shape Drawables werden wir die grafische Repräsentation der unterschiedlichen Buttons gestalten. Zuletzt werden wir noch die Action Bar in Android-Layouts verstecken. Wir starten mit einem neuen Android Studio Project, das wir Simon Game bezeichnen. Beginnen wollen wir mit der Erstellung des Layouts für das Spiel Simon und wechseln dazu in die Layout-Ansicht. Mit Doppelklick auf das Layout-Tab wird die Projektübersicht ausgeblendet und wir können den gesamten Screen nutzen. Unser Ziel ist es dabei, vier quadratische Buttons als 2x2 Grid anzuordnen. Wichtig ist es dabei auch, dass die Buttons immer den gesamten verfügbaren Platz ausfüllen und das gesamte Grid immer zentriert im Screen ist. Die Zentrierung soll sowohl mit der Landscape-Ansicht als auch mit der Portrait-Ansicht funktionieren. Wir sehen im Layout eine Text-View, welche wir für unser Beispiel entfernen können. Wir klicken auf die rechte Maustaste und wählen Delete. Für unseren Fall benötigen wir Buttons. Deshalb ziehen wir uns einen Button an eine beliebige Stelle ins Layout. Wenn wir die App im Emulator testen, würden wir erwarten, dass der Button genau oder an einer ähnlichen Stelle positioniert ist. Dies ist jedoch nicht der Fall, da wir noch keinerlei Constraints gesetzt haben. Wenn wir in die XML-Ansicht wechseln, sehen wir zwar, dass X- und Y-Koordinaten für den Button gesetzt sind. Diese Attribute sind jedoch dem Tools-Namespace untergeordnet und beziehen sich nur auf den Editor und nicht auf die ausführbare App. Dies ist zu beachten und sollte immer überprüft werden, um böse Überraschungen zu vermeiden. Um den Button zu positionieren, müssen wir tatsächlich Constraints setzen. Jede View hat an ihren vier Seiten einen Griff, um entsprechende Constraints zu setzen. Über die Griffe kann der Button im zweidimensionalen Raum positioniert werden. Wir wollen den Button in der Mitte des Screens positionieren und verbinden daher die Griffe mit den Parent-Rändern. Wenn wir die XML-Datei ansehen, finden wir nun keine Attribute mit Tools-Prefixes mehr für den Button. Anstelle dieser Prefixes sind die tatsächlichen Layout-Constraints zu finden. Da wir jedoch ein 2x2-Grid für vier Buttons erstellen wollen und nicht zum Beispiel ein 3x3-Grid, findet sich in unserem Fall kein Button zentriert in der Mitte. Um unser gewünschtes Layout erstellen zu können, brauchen wir sogenannte Hilfslinien bzw. heißen die Guidelines, um die Buttons darin auszurichten. Wir fügen dazu eine horizontale bzw. auch eine vertikale Guideline hinzu. Für die Positionierung der Guidelines können wir entweder absolute Werte oder relative Werte als Prozentangabe verwenden. Wir geben für beide Guidelines 50% als 0,5 mit dem Wert 0,5 ein, sodass sie jeweils vertikal bzw. horizontal zentriert sind. Für den nächsten Schritt ist es nun ein leichtes, weitere Buttons zu erstellen und anhand dieser Guidelines auszurichten. Wir ziehen dazu drei weitere Buttons an beliebige Positionen ins Layout. Bevor wir mit der Ausrichtung der Buttons beginnen, empfiehlt es sich, Clear All Constraints anzuklicken, um alle bestehenden Constraints zu eliminieren. Wir beginnen mit dem Button links oben und richten die vier Griffe anhand der neuen Constraint-Möglichkeiten aus. Wir beginnen rechts unter der vertikalen Guideline, dann gehen wir nach unten und orientieren uns an der horizontalen Guideline. Links und oben des Buttons verknüpfen wir mit dem Parent. Dasselbe Spiel wiederholen wir für die anderen Buttons. Die Ausrichtung der Buttons wäre nun soweit schon in Ordnung. Es fehlt jedoch noch die Größe der Buttons. Dazu selektieren wir den Button links oben. Für Elemente des Constraint-Layouts stehen grundsätzlich drei verschiedene Größenangaben zur Verfügung. So wie hier, Wrap Content. Damit wird der Button genauso groß, wie es der Inhalt benötigt. In dem Fall der Text Button. Weiters gibt es noch die Möglichkeit, eine absolute Größenangabe zu tätigen. Letztlich gibt es auch die Option Match Constraints. Damit wird die Breite bzw. Höhe über das im Button definierte Constraint bestimmt. In diesem Fall würde der gesamte verfügbare Platz, den der Button hat, ausgefüllt. Wir wollen jedoch quadratische Buttons. Dazu gibt es noch die Möglichkeit, dieses Dreiecksymbol anzuklicken, um ein Verhältnis zwischen Breite und Höhe zu spezifizieren. In dem Fall 1 zu 1 würde genau einem Quadrat entsprechen und passt für uns. Genau diesen Schritt wollen wir nun für alle weiteren drei Buttons wiederholen. Die Größe der Buttons wäre nun auch geklärt. Jetzt müssen wir nur noch etwas an der Ausrichtung feilen, da die Buttons über die Constraints immer konzentriert werden. Hier gibt es einen sogenannten Bias, den wir horizontal bzw. vertikal verändern können. Der Bias ist defaultmäßig auf 50% eingestellt. Für den Button links oben können wir den vertikalen Bias verringern und somit eine Annäherung an die horizontale Guideline forcieren. Wir passen den Bias für alle anderen Buttons je nach gewünschter Ausrichtung entsprechend an. Das sieht bereits nach einem guten Ergebnis aus und dies wollen wir uns zum Test auch im Emulator ansehen. Für die Portrait-Orientierung passt dies auch genau. Wenn wir jedoch in die Landscape-Ansicht wechseln, sehen wir, dass hier die horizontale Bias auch noch entsprechend angepasst werden muss. Auch im Editor können wir dazu in die Landscape-Ansicht wechseln. Wir passen hier auch noch die entsprechende Bias für die Buttons an. Damit haben wir nun unser gewünschtes Layout finalisiert und wir können uns dem nächsten Arbeitsschritt zuwenden. Um die gewünschten Hintergründe der vier Buttons zu bekommen, müssen wir jeweils ein Shape-Drawable erzeugen und jeden Button als Hintergrund zuweisen. Zur besseren Übersicht wechseln wir wieder auf die Portrait-Darstellung. Mit Klick auf Project öffnen wir die Projektübersicht. Dort finden wir den Res-Folder mit allen Projekt-Ressourcen. Mit Rechtsklick, New Android-Resource-File, können wir ein neues Drawable erstellen. Dazu wählen wir Resource-Type-Drawable. Als Roote-Element wählen wir Shape, da wir ein Shape-Drawable erstellen wollen. Als Filename verwenden wir Background-Red. Mit Klick auf OK erstellen wir das neue Resource-File. Als XML-Root sehen wir das Shape-Tag. Über die Kind-Elemente können wir das Shape nach unseren Wünschen anpassen. Wenn wir ein öffnendes, eckiges Tag setzen, werden uns alle möglichen Kind-Elemente als Vorschläge präsentiert. Als Optionen sehen wir einerseits Solid, um eine Farbe anzugeben, Gradient, um einen Farbverlauf anzugeben, Corners, um Ränder oder Rundungen an den Rändern anzugeben, Stroke, um die Randlinie zu definieren, Bedding kann verwendet werden, um einen inneren Abstand zu definieren, und zu guter Letzt Size, um eine fixe Größe anzugeben. Wir wollen einerseits über Solid Rot als Farbe des Shapes angeben. Dazu wählen wir das Tag aus und anschließend setzen wir auch noch das Attribut Android Color mit dem Farbwert für Rot. Wir schließen das Tag. Um eine Übersicht oder eine Vorschau des Shapes zu bekommen, öffnen wir das Fenster Preview. Des Weiteren wollen wir entsprechende Rundungen an den Ecken angeben. Dazu fügen wir ein weiteres Tag Corner ein. Über das Attribut Radius bestimmen wir die Größe der Rundungen. 30 dB sollte dafür passend sein. Der rote Button soll sich oben links befinden. Deshalb wollen wir die Rundungen über das Attribut TopLeft Radius mit dem Wert 150 dB noch vergrößern. Wir schließen das Tag und wechseln wieder zur Layout Ansicht, um das Shape entsprechend als Hintergrund für einen der Buttons auszuwählen. Wir wollen das Shape mit dem Namen Background Rad am linken oberen Button setzen. Dazu wählen wir den Button und gehen in die Attribute. Dort suchen wir nach dem Attribut Background und wählen das Shape Background Rad aus. Nun wollen wir die Schritte für die anderen drei Buttons ebenso durchführen. wrapscheinander. Von der Seite ist die Rundungen vorgleich auf der Anwendung, um das Video von der Rundungen an der Rundungen an whoever nuttiviert. Wir haben das Ganze um 2.0 Uhr an. Nun wollen wir die Fr listener mit den Rundungen wieder schalten. Wir müssen jetzt rumschliessen, um das Video von der Rundungen auszuwählen. Wir müssen uns die Rundungen an ein bisschen verschieben. Wir müssen uns überlegen. Und wir müssen noch die Rundungen an equally abzuschßen. Und das Ganze überprüfen. Wir müssen dann auch noch einen Rundungen an und dass das Bild richtig gefällt. Wir müssen uns nachdem und zu ihm ein bergen. Für das Constraint Layout wollen wir aus Hintergrundfarbe schwarz angeben. Des Weiteren wollen wir alle Texte in den Buttons löschen. Als wirklich letzten Schritt wollen wir noch die Action Bar in unserer App verstecken, so dass nur das Spiel sichtbar ist. Dazu gehen wir in den Ordner Values und finden dort Styles.xml. Das App-Team ist unser Standard-Team für unsere App. Dort können wir als weiteres Item Window No Title hinzufügen und den Wert True setzen. Mit diesem Item sagen wir, dass unsere App keine Title Bar benötigt. Zu guter Letzt wollen wir unsere App natürlich im Emulator testen. Dies sieht nach dem gewünschten Resultat aus. In den nächsten und individuellen Schritten können wir jetzt nun das Spiel vollständig implementieren. Sie werden die Versionallerlei tun. Sie nehmen die Voraussetzung